Die Sonne wollte bei der Einweihung nicht mitmachen. Sie hat sich am Morgen noch versteckt. Der Photovoltaikpark im dichten Nebel. Drei Jahre hat der Investor Ennerpark hier nahe der Mosel gebaut. Jetzt soll hier mithilfe der Sonne der Strom für bis zu 54.000 Haushalte entstehen. Ich glaube, das Herausforderndste war, dass es das erste Projekt war, was wir hier angefangen haben. Das war so ein bisschen der Stein des Anstoßes. Von hier aus ging, glaube ich, auch die Idee in die Verbandsgemeinde, weil wir gleich auch mit einem sehr großen Projekt an den Start gegangen sind. Die Schwierigkeit, neun Parks wie dieser wurden gebaut und zusammengeschlossen. Auf einer Fläche zusammen so groß wie 35 Fußballfelder. Es mussten Umspannwerke gebaut und Tunnel unter der Mosel gebohrt werden. Für die Kabel, die die Photovoltaikanlagen miteinander verbinden. Der hohe Flächenverbrauch stieß immer wieder auch auf Kritik in der Bevölkerung und bei Landwirten. Aber wir stellen durchaus auch fest, dass die Erneuerbaren auch eine Einkommensquelle sind, auch für Landwirtinnen und Landwirte. Und dass die Flächenbereitstellung für die Erneuerbaren schon auch die Bereitschaft sehr groß ist, weil der Benefit natürlich vor Ort auch sichtbar wird. So auch für die Verbandsgemeinde Zell. Die erhofft sich durch die Pachteinnahmen für die Flächen einen hohen Gewinn. Und es sollen noch weitere Anlagen gebaut werden. Wir haben noch ein, zwei Ortsgemeinden, die auch selbst noch überlegen, mit dort einzusteigen und auch eine eigene Fläche zur Verfügung zu stellen. Ansonsten gehen wir jetzt den Weg, auch eventuelle Windkraftflächen noch zu erschließen. Bis Ende 2026 sollen noch mal so viele Photovoltaikanlagen im Kreis ans Netz gehen. Dann muss nur noch die Sonne mitspielen. Mal. Christoph Wein.